tja leute da schaltet ihr richtig ein ich bin noch gerade unter der dusche und wie ihr richtig erkennen könnt ich spiele gta online und wollte mit dem kurzen video euch nur die info geben ja ich kann jetzt konsolen aufnehmen und dachte mir mal ja welchen titel könnte man denn da mal ab und an zeigen und dann habe ich erst mal mein gta angemacht so das jetzt direkt in mein tolles häusle hier hoch ist gewittert bei uns draußen ruft läster an nein möchte ich nicht möchte einfach mal kurz in meine garage gehen ich habe jetzt die avermedia extreme cap und die ist echt klasse angeschlossen und lief sofort treiber runtergeladen alles tut die so machen jetzt noch eine kleine mini tour hier mit meinem wagen nehmen wir ihn hier das ist ja auch gleichzeitig für mich eine testaufnahme der qualität so gucken wir mal kurz kleine mini drifts machen und dann aber sieht auf jeden Fall gut aus ich spiele jetzt eins zu eins sofort an meinem computer im bildschirm was zum motzen johle ja ja los hier wo wo heizt erst mal schön die karne kaputt ja schön über rot johle schön drüber jetzt hier schon um das straße erstmal bisschen drehen das ding ne sieht gut aus scheint auch gut zu laufen wo 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 ja und dann sag ich mal bis zum nächsten mal wenn wieder heißt hier euer song cruiser und vielleicht mit gta online